Der nächste große Fehler ist, die Facebook-Gruppe nicht zu optimieren für die Facebook-Suche. Wie du weißt, auf Facebook hast du oben dieses Feld, die Facebook-Suche. Viele, viele deiner Interessenten benutzen das tagtäglich. Es gibt Millionen von Anfragen, aber es gibt kaum Facebook-Gruppen, die das richtig nutzen. Es gibt zwar welche, die denken, sie können das nutzen, ich komme dann gleich dazu, ich nenne das Spam, aber so läuft es nicht. Die Facebook-Suche ist eine Macht. Stell dir vor, dass du täglich neue Mitglieder bekommst, die von sich aus sagen, ich möchte in die Gruppe. Das heißt, du bist von Anfang an kein Verkäufer, die Menschen hatten selber den Impuls, sie möchten in die Gruppe und sie sind vor allem jetzt interessiert. Das ist ja auch die Macht von Google eigentlich, weil ich habe lieber eine Anfrage über Google von einem Menschen, der jetzt interessiert ist, als ich muss irgendjemanden unterhalten und bei Laune halten oder ihn überreden. Das funktioniert nicht und das funktioniert dann hinten auch nicht im Verkaufsprozess. Wie gesagt, eines ist ganz wichtig, wenn wir skalieren wollen, wenn wir ein Online-Business haben wollen, dann brauchen wir wirklich einen konstanten Strom. Und das ist für mich ein konstanter Strom. Das heißt, ständig, jeden Tag, 24, 7, bekomme ich hier eben meine neuen Mitglieder, Menschen, die wirklich in diese Gruppe rein wollen. Warum haben es manche jetzt nicht so richtig verstanden und nicht optimiert? Weil sie denken, ich gründe eine Facebook-Gruppe und gebe in den Titel einfach ein paar Namen rein, also genau die Namen, wo ich dann gefunden wäre. Und dann auch noch in die Beschreibung, dann sitze ich da, tue nichts und jeden Tag kommen Anfragen. Ich habe auch solche Menschen, die schreiben mir, Willi, ich habe das in den Titel gegeben in die Beschreibung, jetzt sitze ich da, habe keine Anfragen. Ja, weil es zum Glück nicht so funktioniert. Das wäre natürlich ein einfach zu manipulierendes System, aber ein wichtiger Faktor, um in der Facebook-Suche aufzuscheinen, ist die Gruppenqualität. Das heißt, wie hoch ist die Qualität deiner Gruppe? Hier gibt es verschiedene Faktoren, mit denen habe ich mich intensiv beschäftigt, aber ein Faktor davon ist eben die Gruppenqualität. Dabei habe ich eines festgestellt, eine neue Gruppe, wenn man eine neue Gruppe gründet, hat einen gewissen Bonus. Das heißt, in den ersten 14 Tagen ist hier ein spezieller Bonus zu sehen. Das bedeutet, wenn man in den ersten 14 Tagen in der Gruppe die Dinge richtig macht, dann bekommt man den Boost über die Facebook-Suche. Es ist etwas schwieriger, das nach diesen 14 Tagen zu machen. Es ist nicht unerreichbar, aber doch schwieriger. Das heißt, die ersten 14 Tage sind wichtig und deswegen auch meine Empfehlung, immer wenn ich gefragt werde, soll ich eine neue Gruppe gründen oder meine bestehende, dann sage ich ganz klar, mach eine neue Gruppe. Der nächste Punkt ist, wenn du eben nicht diesen Fehler machst, dass du es nicht optimierst, sondern dass du es optimierst, du hast wenig Konkurrenz. Also es gibt kaum jemanden, der sich auskennt, der weiß, wie man richtig die Facebook-Suche nutzt, wie man seine Gruppe optimiert. Das heißt, du hast hier keine Konkurrenz, auch wenn in deinem Bereich schon 50, 100, 200, 500 verschiedene Anbieter sind oder tausende, egal. Und dann habe ich ein erfolgreiches Beispiel, das dir einfach zeigen soll, was hier möglich ist. Ich habe eine Kundin, die hat in ihrer Gruppe, die bekommt so ein bis zwei Anfragen am Tag. Das ist wirklich nicht viel und sie hat auch nicht eine große Gruppe, aber sie verdient fünfstellig, jedes Monat, ganz sicher. Weil sie hat dann ihre, sie verkauft Hochpreis, also Hochpreistickets, Hochpreiscoachings und sie hatte noch nie so viele Kunden. Also sie verkauft hier Coachings im Wert von 5.000 bis 50.000 oder 70.000 Euro pro Person und hat sich hier wirklich ein stattliches Einkommen aufgebaut. Also nur, dass du siehst, es ist ein Fehler, wenn man es nicht optimiert für die Suche. Schön, dass du da bist. Rock it. Bis gleich.